hallo und herzlich willkommen zurück meine lieben freunde willkommen zur my journey karriere weiterhin in altrich am fc also england und ich habe keine ahnung ehrlich ist das ein teil von london ist das ein teil von whatever ich habe keine ahnung wenn ich ehrlich bin haben auf jeden fall hier könnten wir mal ein bündungsjahr 3400 fans läuft hat ein bezeichnen rot kirche medien rück normal moslein website www altrich am fb ich habe also keine ahnung wo altrich am ist ob das eine eigene stadt ist oder wie ihr torten haben da so ein teil von london einfach oder einfach nur torten wir sind auf jeden fall auf dem guten weg 32 punkte fünf punkte hinter den ersten ausrex am vierter platz sind aber nur zwei punkte natürlich vor dem fünften und mittlerweile sieben punkte vor denen nicht der indikations plätzen oder playoff plätzen also gesagt deswegen haben wir einiges vor heutigen folge und einander ist mit einer super form wir müssen hier schauen was heißt einiges vor wir wollen eigentlich nur dass wir hier wirklich gut uns präsentieren ich gehe auch jetzt direkt rein in die woche und wir sehen uns gleich beim nächsten spiel und dann rede ich weiter bis gleich so damit sind wir beim spiel gegen gates hate fc also ja bin ich interessant finde ich interessant wie wir uns hier jetzt natürlich wieder präsentieren werden in der letzten folge ging es ja auch in eine andere richtung glaube ich statistik ja eine niederlage ein unterschied und dann haben wir wieder mal gewonnen deswegen müssen wir uns fragen jetzt das ding ich wollte euch erklären warum es nur eine folge pro woche von smite johnny gibt weil ich dachte wir haben dann eine komplette frage zeit für umfragen wenn ich jetzt zum beispiel wenn man jetzt kommt jetzt in der zweiten saison guckt man sich zum beispiel die englische erste liga an da hat man natürlich auch steiger wie blackburn rovers mittels barrow und der bürn der fc sind natürlich sehr interessante klubs oder wenn man nach frankreich guckt hat man dann auf einmal der pokalsieger aus marseille aussteiger von bordeaux als einzigen aussteiger anscheinend haben die keine anderen aufsteiger gehabt weil drei mannschaften absteigen und eine nur aufsteigt aber ja ihr wisst was ich meine dann in italien hat man dann auf einmal aufsteiger von brescher ksjf rosinone und meister aus napoli meister pokalsieger das ist natürlich auch mega nice aufsteiger von genoa dann hat man in deutschland auch natürlich genau das gleiche aufsteiger aus pauli darmstadt dann in der zweiten bundesliga hat man auf einmal mannschaften wie dresden elversberg bochum hertha und so und dass das ist das ding ich habe dann so gedacht man kann dann besser wirklich wenn ich dann sage nach diesem jahr wir suchen uns einen neuen verein wir gehen auf nicht privater fahren karriereoptionen und dann geben wir eine zum beispiel wollen nächstes jahr bei legano calcius und dann haben wir drei vereine zur wahl dann suche ich mir mal drei vereine raus und wird eine umfrage machen und ihr entscheidet den weiteren weg natürlich am anfang wird es nicht so sein am anfang werden wir dann wahrscheinlich das nehmen was wir kriegen können das beste aber dann habe ich immer so eine woche zeit wo ihr dann den weg entscheidet und das werde ich dann auch machen wenn wir gekündigt werden wenn ich dann halt in diesem monat wo ich suche und sage okay geil da ist ein geiler verein da würde ich gerne hin und dann am ende des monats habe ich drei vereine zur auswahl jetzt nicht so wie ich das gemacht habe mit alter ich habe wenn ich dann am ende des monats weiß ich mache ja immer nur ihr wisst ja ich mache immer nur einen monat dann frei sucht dann guckt ob ein geiles angebot kommt und dann am ersten des nächsten monats muss ich eins der besten angebote annehmen und da könnt ihr dann mache ich dann immer eine umfrage und ihr schreibt dann einfach rein oder ihr schreibt in die kommentare nein ihr macht dann einfach eine umfrage und setzt ihr euren haken welchen verein ich nehmen sollte dann fange ich die nächste folge an verhandeln mit dem verein und dann gehen wir da rein natürlich wenn der verein die konditionen unseres vertrags annimmt ich werde versucht realistisches machen wie hier bei alter ich haben so dass wir unsere zwei jahre maximal haben mit eigener option und dann halt auch mit geringen gehalten ich dass ich ja reingehe ich gehe nach alter ich haben will 20 millionen jahres kalt und lehnen das sofort aber nein und wenn der vertrag nicht zustande kommt nämlich die zweitbeste wahl so machen wir das ab sofort aber daher müssen vorher müssten wir natürlich noch diesen mit alter ich haben beenden und am besten in richtung level 3 gehen und dafür müssen wir hier erstmal schauen wie unsere mannschaft aufgestellt ist nein wir wollen nicht dann wir wollen in die erste mannschaft und es sieht doch alles ziemlich gut aus lustraum ist gut in form aber herrn landes hatten wir sehr sehr gute form deswegen lassen wir ihn auch von anfang an spielen dann natürlich einen riesigen kader dazu kann ich nichts sagen und wir gehen auch ein in die partie der moral und buchstag ja lassen wir nein wir machen das so sinn montiel und wir gehen rein gegen gates als erstes spiel ihr könnt mir gerne mal in die kommentare schreiben halten was ihr haltet so von dieser möglichkeit hier wie ich das machen wollte mit denen ihr entscheidet die karriere quasi weil dann kann das sein dass wir irgendwann mal die chemistik gewonnen haben aber dann am ende der saison unsere karriere ist abgelaufen und wir gehen dann einfach rein wir haben die angebote mainz aus der regionalliga hochzuholen oder dort man dies seiner aus facebook in der facebook gruppe gemacht hat er hatte nach jahren irgendwie gesehen dass dort man in der oberliga war und mit mehreren millionen schulden und den verein versuchte wieder hoch zu bringen in seiner laufenden karriere 2036 und so wird das dann hier auch wahrscheinlich ablaufen so wir gehen auf jeden fall in führung natürlich wäre wenn nicht letten märky der direkt auf die gelbe karte kriegt wahrscheinlich wegen trikot jubelns hat einfach ein trikot ausgezogen anders kann ich mir das nicht vorstellen und ja wir gehen hier frühen führung also aus der frühen führung wir gehen mit 1 0 in die halbzeit durch sein tor das ist natürlich sehr nice spieler gespräche bei einem der assistent ja so haben vorgestellt und wir gehen in die zweite halbzeit erstmal unverändert gebring aber rafa nun ist für letten märky gegen der gelben karte dann macht wendel auch noch das tor vorlage von letten märky wie kristin den anschlusstreffer turo kommt auch rein und dann kommt ein für herrn landes damit haben wir unsere wechsel verbraucht und hoffen einfach das beste würde mich auf jeden fall interessieren wenn ihr auch welche kennt die gerne fußballmanager sehen wollt ihr könnt gerne die vorbeibringen ich nehme jeden freund und feind gerne an und hier mit dem 3 zu 1 würde mich auf jeden fall unterstützen wenn ihr werbung machen würdet meinen namen würde ich auf jeden fall sehr unterschreiben und ich denke auch ich werde zum weihnachten generell einfach ein kleines gewinnspiel machen einfach mal so um mich zu bedanken bei über 327 abonnenten aktuell ich weiß nicht ob jetzt gerade einer weg geht 4 zu 1 durch montiel oder welche dazukommen bis weihnachten werde ich einfach ein kleines gewinnspiel machen vielleicht mal schauen ihr könnt ja gerne mal in die kommentare schreiben vielleicht werde ich sowas wie ein schal verlosen von einem euren lieblingsverein dass ich den dann kaufe oder ja so eine kleinigkeit halt für weihnachten passt das so ein schal und eine würze das werde ich dann machen müssen wir mal schauen müssen wir gewinnen hier 4 1 gegen gates sehr gut dass wir hier wieder reingekommen sind lecki war erweitert weiterhin mit seinen toren rex haben verliert das heißt nur noch zwei punkte hinter den ersten beiden und ein punkt hinter den dritten besser kann sich laufen besser kann sich laufen spieltag statistik von uns ist lundström dabei das ist auch der einzige spiel das tag ist aber alex reed gg sagen wir dazu jetzt sind wir gegen jeweils erneut ein heimspiel sehr stark wenn wir ein heimspiel haben und nachher alles weiter in form aber lundström ist auch in einer sehr guten form deswegen lassen wir von einfach an rein wir können turco wieder reinbringen einfach so weil wir es können und ja ich kann nur das einfach nicht reinbringen aber letten märk hier man sieht es noch essen und sein er ist einfach sonst da und der form haben wir hier noch irgendwelche jungs die wieder rein können nein nicht wir gehen rein in die partie nächste partie gegen die welt hauen und hoffen auf den dritten sieg in folge gibt euer bestes hier werden märkte du kannst ruhig wieder früh das vor schießen nicht erst sondern 34 minuten okay wenn du triffst ist mir egal hauptsache du triffst oder ein anderer von euch und bisher ist ziemlich ruhig es kommt nicht wirklich eine chance da kommen wir haben da auf einmal mit einer 22 minuten mit dem 1 zu 0 sieht schon mal sehr nice aus wenn ich mal so zwischen durch die seite gucken ist das weil ich meine freundin abholen muss und deswegen gucke ich immer so aufs handy weil ich das auf lautlos habe nicht dass wir hier das 1 1 kassieren die von billy waters nicht dass ich das übersehe oder wir hier unterbrochen werden von dem sound wir gehen mit dem 1 1 in die halbzeit spieler gespräch die kritisieren die 4,5 der rest macht der assistent halbzeit ansprache los jetzt zeigt es ihnen jungs alle spiele aufwärm drei wechsel haben wir weiter halbzeit ist im vollen gange 55 minuten 10 minuten laufen sie schon wir bringen astel und letten macki raja genau in der nach der sekunde wo er getroffen hat und wir kassieren auch direkt wieder als antwort das 2 zu 2 dann bringen wir lundsraum erinnern ist noch mal für uns dann rein und hoffen dass das was hier bringt 2 2 wir müssen nur das 3 zu 2 schießen wir dürfen das auf jeden fall nicht kassieren wir dürfen nicht schon wieder patzen wir sind so nah vor dem ersten platz jungs als meister kriegen noch mal extra punkte für die manager bewertung und darum geht es bestmöglichen erfolg und kassel in der 89 minute macht den wichtigen sieg treffer hier gegen jubelton alter wie wichtig ist das gewesen statistisch gesehen fünf zu zwei chancen ergebnisse wir sind hoch gekommen ja wir sind jetzt auf dem dritten aktuell von dem vierten wechseln ist punktgleich mit unserem dagen haben wir leider auch gebunden ja sehr sehr gut aus spieltag statistik schauen wir uns noch mal an ein landes und kassel sind dabei sehr wichtig spieler des tages ist sogar niklas kassel wer das spiel entschieden nach groß gg sagen wir dazu nur weiterhin im programm jetzt meistern 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 haben wir aber angebote natürlich von anderen vereinzelt essen kassels und bayreuth wollen es einfach nicht lassen sie wollen uns in der mannschaft ja mit fünf spielern was soll ich da machen was soll ich da reißen historie ihr wart ein jahr lang dritte liga seit direkt abgestiegen und seitdem haben wir seit 16 spielen haben sie nicht mehr gewonnen aber seit 18 spiel haben sie nicht mehr verloren was ist das acht spiele 8 ohne sie unentschieden und dann 22 niederlagen das war deren saison in der dritten liga beste leben und jetzt in liga vier stehen sie auch nicht so gut da wir haben einen interessanten spieler madera hier stephan madera aber sonst ist die mannschaft weg wäre natürlich ein sehr sehr interessantes projekt weil wir könnten uns da komplett eine neue mannschaft aufbauen wirklich aus den kleinsten details wir müssen die komplett aufstellen aber das mussten wir hier mit altrich haben auch wir haben sehr viele jugendspieler hochgezahlt wer viele leihspieler hoch holt und das werden wir schauen aber ist halt nichts interessantes für uns dabei der hauptsponsor war ein bisschen genervt weil wir keine freikarten gegeben haben geben wir den jetzt mal ein bisschen freikarten zum nächsten spiel 500 plätze wenn ihr gerne mitkommen um ja die mitarbeiter machen die sponsoren wandel mit sponsoren ich glaube dass man lassen wir hier die mitarbeiter machen wir holen uns und die angestellten weil wir mit der finanz nicht zu tun haben wir wollen einfach nur dass die mannschaft den besten wirklichen erfolg und nicht dass ich ganz gut dastehen freuen wir das für sie schon aber das liegt dann halt in vorstand also in geschäftsführer qualitäten so gehen wir rein in die nächste partie mancher steht ich hatte castell reinpacken sollen aber ja ich habe es einfach vergessen gebt euer bestes erst gegen mason jeder sieg in folge würde ich unterschreiben wenn sie wir patzen wäre natürlich sehr bitter weil wir jetzt wirklich ein punkt oder so hinter den ersten sind müssen wir schauen wie sich das hier alles entwickelt den punkt gleich mit rex haben das weiß ich und 39 39 punkte hat der andere euro war unser entverteidiger mit dem 1 0 der moral mit der vorlage wichtig wir gehen hier in führung aber kassiert nicht schon wieder ein gegentor zum ausgleich macht am besten noch das 20 vor der halbzeit warum schon jungs wir bringen auch gleich wahrscheinlich castell von anfang an in der ersten in der zweiten halbzeit damit er von anfang an hier ein bisschen was machen kann der moral verletzt sich beim hohen zeit natürlich mit einem sehr guten ersatz auf der bank und jetzt werden wir castell nicht von abgang bringen let mecki macht das 20 sehr wichtiges tor und wir gehen mit einer 20 führung in die halbzeit spieler gespräche gelogen die einsatz persönlich und die 45 kritisieren wir persönlich und firma natürlich lasst uns genauso weitermachen alles zusammen zwei wechsel habe ich noch da kommt castell wahrscheinlich gleich rein direkt für turco außer der macht hier noch etwas bis zu 60 irgendwas wo ich denke wo let mecki mit dem 3 zu 0 aber nein let mecki ist unser typ der torbeschießt deswegen kann wir castell jetzt mal reinbringen in der hoffnung dass er was wir haben noch nunez der kamerein kommt für rendel einfach weil wir es können und hoffen dass wir das hier so gut über die zeit bringen castell macht sogar noch mal das 4 zu 0 der bewirbt sich wieder für die startformation und nines macht auch noch mal das zum 500 aber wir kassieren auch das 1 zu 5 aber dennoch müsste das hier schon ein sicheres ding sein wenn wir hier ist noch krass verlieren würden etwas aber nein das machte 6 zu 1 und das ding ist so gut wie durch ja wir gehen in die 80 minute das laufen wir jetzt noch einfach runter maximal kassieren wir doch also unterschießen noch mal das 7 zu 1 aber viel wird damit passieren da ist auch der schlusswürfel gewinnt 6 zu 1 gegen mason das habe ich sehr gut für die differenz gegen wechsel 1 zu 17 chancen netten mecki spieler gespielt ergebnisse wir haben wechsel nicht überholt dann haben wir überholt und das ist sehr gut für die differenz wir haben 34 die 39 und zum punkt gleich mit dem ersten und ein punkt vor dem 2 er dritten und vierten und vier punkte vor dem fünften das ist schon mal sehr nahe spieler spieler und testen die helft des tages landen mecki und lundström sind dabei spieler sex aber francesco bombaghi der siebte aus chesterfield da sind wir zu gast ja wir müssen hier natürlich weiterhin alles geben um die wechsel mal hier zu überholen dennoch da sein sollte die wechsel mal zu überholen die müssen selber ran entgegen weltsdauern und weltsdauern stehen und sprich das ist jetzt gegen west daran ist doch sechster sind also wir gegen den siebten und die gegen den sechsten unentschieden bei denen wäre gut dann könnten wir wechseln auch weiter von uns fernhalten und halte wechsel überholen natürlich war aber besser wenn wechseln gewinnen würde dafür müssen wir erst mal selber alles geben und nachher ist siebzehner form aber das ist auch in der form labos hat hat eine 13er form und das hat eine 16er form ich kann man nicht wirklich entscheidende wenig da spielen lassen kann ist ja unglaublich haben wir karriere option noch mal ein paar vereine die uns sich interessieren meinen tennis borussia berlin bonner sc und hier halt die ausländischen mannschaft ja 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 unser vertrag läuft gut wir können unseren aktuellen vertrag noch mal angucken klausel haben hat niemand mehr ich kann nicht verlängern die kann ich verlängern und wir haben 64.000 hier noch mal ein bisschen in der wohnung investieren 1400 kriegen wir aktuell waren dann auch ein paar klausel mäßig haben wir im antiv mac pro wachassistent das haben wir schon der switch da hat sind denn das mit e-roller tisch fußball ipad gemüsegarten und wir fangen an mit dem gemüsegarten war gebrochen auch natürlich der bodastatur und pizzerofen und land schwecken er braucht er braucht schon kein plan schwecken das wichtigste überhaupt eine regendusche der sonnenbank das brauchen wir alles auf jeden fall würde ich hier kurz eine pause machen einen moment da bin ich wieder die sonnenbank war das letzte was wir gekauft haben wir können noch mal gehen auf den schlag käfig wäre geil würde ich auch bei mir zu hause haben wollen wenn ich ein eigenes haus hätte habe ich leider noch nicht aber egal wir gehen jetzt in die mannschaft weil die mannschaft steht soweit wir gehen ins spiel chesterfield läuft sofort berechnung fünfter sieg in folge wäre das optimale ergebnis und wir hoffen dass wir hier weitermachen können armado macht aber uns legt uns steine in den weg sechste minuten 1 0 für chesterfield das ist sehr sehr bitter aber wir kommen bisschen stress machen wir gerade ich hoffe dass man hier noch einen aus dem hut zaubert vor der halbzeit ich will nicht mit rückstand in die halbzeit gehen am besten natürlich führung aber unentschieden würde ich auch unterschreiben worst case scenario wäre halt noch eine höhere rückstand aber lundström und land mag hier hat er auch zu tun gezauberte vorlage lundström mit dem 1 zu 1 in der 24 minute sehr stark damit ist das wenigsten ausgeglichen und castell legt auch mal einen drauf 2 1 lundström mit der vorlage sehr wichtig und damit gehen wir mit einer führung in die halbzeit anscheinend wenn das jetzt weiter so gut läuft aber schätze hier kommt auch gerade wieder ein bisschen hoffen wir nicht nein wir gehen mit der führung in die halbzeit sehr gut sehr sehr gut also setz übernimmt das so haben wir uns das vorgestellt wir führen wieder alle spiele aufwärmen und wir können ja gleich ein bisschen was reinbringen aber wir haben labo setter wir haben und zwar montiel und wir machen es einfach mal für montiel es sind einfach die offensiv komplett austauschen war labo setter einfach mit 38 jetzt grimes mit der verletzung auf gastgeberseite ist natürlich besser gute besserung von unserer seite auf jeden fall und wir gehen in die schlussphase die letzte viertelstunde ist angebrochen wir führen noch mit zwei toren und ich hoffe wir können das am besten ausbauen weil wir halt in die richtung gehen links aber um zu überholen aber wir kassieren noch das 2 zu 3 es wird hier noch mal spannend 80 minuten 10 minuten noch mit ein torführung nur 88 stich hat weiter druck die gelbe karte bringt sie nichts bringt ihnen nichts und wir gewinnen 32 gegen 50 in folge besser kann es nicht laufen sieben zu neuen chancen ergebnisse wir haben wirksam überholt weil sie unentschieden haben sie haben wirklich unentschieden gegen rollstown gespielt und damit sind wir erste ein punkt vor wo soll zwei punkte vorwärtsam und vier punkte vor danken haben der sehr nice spieltag statistik schauen wir uns noch mal an von uns ist niemand dabei spielers tages ist jordan mcguire drew von euro town was haben wir eins gg jetzt kommt der banger direkt gegen den zweiten nachdem wir gerade den ersten überholt haben und selber erster geworden sind müssen wir jetzt gegen den zweiten und wir können uns auf vier punkte absetzen und das wäre so wichtig ja labosetto und juniors sind alle in form die ganze mannschaft ist in form wir haben noch ein matthes in der form also ich kann eigentlich gar nicht aus wechseln wir können uns noch mal die nachricht gucken die ganzen assistenten werden neue werden neue trainer mannschaft der woche und es sieht es sieht sehr sehr gut aus wir haben 1445 punkte 100 stück 105 gehen uns noch aktuell in der siegesserie wirklich von fünf spielen in folge 44 punkte 22 gegentore 57 geschossen haben wechseln halt immer noch nicht eingeholt von den gegentoren her von der referenz her aber das braucht und jetzt müssen wir hier gegen wall soll fc alles geben das letzte spiel der heutigen folge ich bin gespannt wie wir das hier machen kämpft um jeden ball er geht da raus und macht sie am besten fertig nimmt sie komplett auseinander castell hat auch bock 1 zu 0 vierte minute der moral mit der vorlage und das rui kriegt noch mal die gelbe karte das ist natürlich sehr bitter gelbe karte für den links verteidiger könnte in die falsche richtung gehen aber wir geben ihnen halt die halbzeit zeit topo mendiel mit dem 2 zu 0 castell bei der vorlage also der ist wirklich on point heute der spieler wir gehen langsam in die 30 das heißt wir haben zum größten teil die erste halbzeit schon erledigt hinter uns gebracht so jetzt kommt die schlussphase 15 minuten noch bringen wir die 20 führung über die zeit oder warum wird das noch aus das wären die zwei situationen die ich unterschreiben würde kein gegentor das ist wichtigste nein wir bringen sie so über die zeit 20 führung ruhe geht runter zumindest kommt rein als links verteidiger können wir die beiden austauschen ja das macht sogar mehr sinn wieder gespräche wir haben eine 1,0 die loben wir natürlich und das ist als ansprache dass uns genauso weitermachen dann fügt sich alles zusammen die restlichen zwei spieler machen sich warm für die zweite halbzeit wir gehen wir spielen ein gutes spiel nun es kommt rein für rande wir kassieren direkt das 1 zu 2 wir bringen noch mal turco rein für castell und hoffen dass wir das hier jetzt über die zeit bringen können weil es ein sehr sehr wichtiger sieg sie müssen jetzt halt noch ein tor schießen um auszugleichen und das wollen wir halt verhindern sie haben ihre wechsel auch zum größten teil durch einmal ein können sie noch machen glaube ich nach da ist der letzte wechsel und wir kriegen noch mal die gelbe karte in der in verteidigung wir gehen in die schlussphase was passiert jetzt noch letzten vier minuten bringen wir es über die zeit es kommt noch mal wo also mit der angehilfe aber das ist schluss dafür gewinnen gegen den zweiten sehr sehr wichtiger sieg auf jeden fall dazu kann ich nichts sagen castell und montiel sichern uns den sieg 7 zu 7 chancen ball ist unser keeper ist der wichtigste spieler auf dem platz beste spieler auf das ergebnisse kommen uns an wir gucken auch noch mal direkt auf dagen haben da haben hat gewonnen ist jetzt auch 400 rex haben wir erneut verloren und wir sind jetzt vier punkte vor dem zweiten und dritten spieltag statistik schauen wir uns auch an davon ist lundström und ball ist in der beispiel des tages aber von isla fc läuft hart bei dir wir sagen dazu nur 1 gg und wie gesagt würde ich auch die heutige folge hier beenden ich bedanke mich bei euch fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat was gerne eine bewertung da ansonsten sehen wir uns in der nächsten folge wieder wo es weitergeht mit der rückrunde und trainer oder newcastle trainer ok krass ja sehen wir uns in der nächsten folge wieder mal sehen wie wir das jahr werden das werden wir in der nächsten folge auf jeden fall machen wenn es euch gefallen hat lasst der bewertung da bis zum nächsten mal lasst ein abo da haut rein und ciao ich weiß dass sie wissen ja ich habe keine zeit mache immer weiter denn ich fühle diesen vibe viele wollen connecten weil sie wissen wer ich bin aber ich hab kein interesse weil ich nicht weiß wer sie sind aber las